Ich cut. Grevish. Grevish. Die sind die E's. Ich hasse die. Alebo, du hättest die. Das ist ELO, weil wir das gewinnen. Bisschen. Die sind ja... Ich dachte, die Jungen sind richtig scheiße in der Lation, fuck man. Na eben. Aber 700 Wins, man übertreibt! Ich sag's euch, dieser CW geht auf DM raus. Wegen Bela. Ja, wird aber sehr geknackt. Ja, Jure Nathan? Ja. Du solltest... Ich baue eine Feuerlochseite. Ja, wenn jeder so hässlich reinläuft... Hä? Wahrscheinlich zuerst. Dann einen Stick mit der Setzer, oder? Ja, mach ich. Also nicht... Die Blöcke bleiben gleich am Stick, oder was? Nee. Bleiben die Blöcke gleich. Achso, ja okay. Also glaube ich. Also meiner Meinung nach, weil... Wir verbrauchen halt weniger Blöcke. Hier liegt eins. Scheiße! Oh, fuck. Hoppala! Was hast du denn gemacht? Statt drei Steak, hab ich mir sechs Äpfel gekauft. Arika. Ich dachte, du hast sie überhaupt gekauft. Nee, das nicht. Wie Blöcke hast du? Ich habe noch... 25 Blöcke. Am Ende sind halt so scheiße. Das ist gut. Lass mich zuerst kommen. Obwohl, die werden jetzt noch rausziehen, ne? Geh, 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 geh. Geh nach oben, geh nach oben. Schnell. Ja, bin da... Ja, nice, Dad. Ich schwitze nach außen. Oh, der hat richtig lang für Twitch und er hat keine Blöcke. Nice. Fehler hier. Achso, du musst da auch. Das ist doch so krass. Du hast doch mal einen. Okay. Er hat keinen Knopf bekommen. Er hat's ihm draufgeschlagen. Ich hab's gefickt, Alter. Where me stayst du? Ja. Oh, eins safe hier. Ich brauch's Zweiter. Ich hab... Ich hab genügend wirklich One-Stacker. Hab keinen Bock. Ich bin zwar anstreng' gerade. Wenn du genügend Blöcke hast, kannst du's mir machen? Mach ich. Hab ich. Glaube ich. Boah. Elias. Muss reichen. Du hast das Wort, gell? Ja. Was ist der so hässlich in seinem Ding? Geh nichts. Ja, ja. Das leckt sich hoch. Ja, wo ist denn... Der Bro leckt da... Wie sauer, Alter. Der hat 200... Über 200 ms grad. Der voll unfair, Alter. Ich hätt' ich... Nice. Was sei denn, der ist gestorben? Ja, wahrscheinlich Doppelfallschaden, Alter. No, der Bro. Wähler kommst du hoch? Der Bro ist low. Bisschen. Und dann geh ich auf den Rauf. Der Award und Supporter bekommen. Dann wird... Ich bin oben. Nice. Ich geh auf. Äh... Carsten, hast du nen Kopper? Du kannst... Ja, ja, du hab... Was? Ich hab eins. Ich hab eins. Ich hab eins. Ich hab zwei Stacks. Ich hab zwei Stacks. Okay, dann nehm ich nur Essen mit. Äh... 9 Hertz, what the fuck? Ja... Mann! Mach doch Anti-Dark-Parameter rauf! Das wär nice. Wir scheißen Mädchen, Jungs. Wir peinen irgendwie. Die leckt auch. Achso. Nein, die hackt. Nein, die lackt echt. Guck mal... Ich hab 50 EMS. Wie nach dem Besten. Ein Mädchen, das hält, Jungs. Ich muss dir das vorstellen. Jawoll! Ey, wenn du bekommst, das war... Jawoll! Oh mein Gott! Nice, Digga! Wie war das mit DM, Mann? Ja... Wir werden jetzt... Wir werden jetzt... Wir werden jetzt... Wir werden jetzt... Aber schön, Digga! Ich mach auch was. Ey, das muss ich... Das muss ich, um ein Ding zu reinschneiden. Äh... Das wird safe bis zum DM laufen. Haben wir so eine Zeitlupe. Mhm... So ein Bastard. Äh... Äh... Hinten ist einer... Haben wir gewonnen? Ja. Ach, ich war gerade im Wundersprung! LoL! Ich... Ich... Vielen Dank.